Der SC Freiburg engagiert sich deshalb, weil wir ein Verein sind mit, und das haben wir ja schon in den letzten Jahren wirklich in ganz, ganz vielen Aktionen, finde ich, gezeigt. Und da freue ich mich auch darüber, dass ich Trainer bin in so einem Verein, dass wir eine soziale Verantwortung haben, weil unsere Verbreitung ja nicht so ganz gering ist, auch mit dem Bundesliga-Fußball. Ich bin sehr, sehr froh, dass da gemeinsam von verschiedenen Stellen aus sich darum bemüht wird, dass so viel wie möglich Menschen sich impfen lassen, damit wir einen Schutz haben gegen Corona. Ja, und da geht es auch um eine gesellschaftliche Verantwortung. Auch die Leute, die bis zum heutigen Tag noch nicht geimpft sind und gesund sind, es gibt ja auch Gründe, wo man sich nicht impfen lassen kann, dass die dann schon irgendwann auch mal zu der Erkenntnis kommen, dass es wichtig wäre, sich impfen zu lassen, um sich selber, aber auch andere zu schützen. Es ist eine der großen Errungenschaften der Menschheit in den letzten 150 Jahren, dass es die Möglichkeit eines Impfschutzes gibt. Und es war überraschend, wie schnell es ging, dass man Impfschutz herstellen konnte gegen Corona. Und es ist gelungen, das ist teilweise natürlich noch nicht durchgedrungen bei vielen, was das für eine Errungenschaft ist. Ich finde, mit dem klaren Menschenverstand und auch mit der Verantwortung, die man hat gegenüber anderen und sich selber, kann es eigentlich nur eine Entscheidung geben. Ich finde, mit dem klaren Menschenverstand und die 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 Menschenverstand und Vielen Dank.